Moins jetzt allerseits, hier ist euer Nebken Hadi von Unlimited TV und willkommen zu einem schnellen One-Taker von Sunup. Ja am Wochenende war ich leider ein bisschen beschäftigt, deswegen wird das jetzt nachgereicht und zwar wir haben schnell zwei Themen, die ich schnell durchdattet heime und zwar als erstes die Gamescom. Herr Lokotas und ich sind ja wieder jetzt zurück und wir hatten echt eine Menge Spaß auf der Gamescom, wir werden auf jeden Fall noch ein Video bringen, wo wir die besten Momente zusammenschneiden werden und so unser eigenes Fazit dazu abgeben werden und auch wieder dann versuchen nächstes Jahr wieder an Karten zu kommen und hinzugehen für euch wieder vor Ort zu sein. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf ein paar lustige Videosequenzen und so weiter freuen. Ja und zweites Thema, der Lokotas, der ist gerade nicht da, der ist in Frankreich ein Radrennen-Profi zu filmen, wie er durch Frankreich radelt. Seit Sonntag ist er jetzt weg für zehn Tage, das heißt er müsste ungefähr nächsten Mittwoch wieder kommen und bis dahin bin ich allein in der Haus, versuche hier alles am Laufen zu halten und ein paar Folgen, die sich jetzt auch bald aufzunehmen, dass hier neue Sachen kommen. Ich bin leider gestern und vorgestern sind bei meinen Kumpels oder bei mir das Spiel abgestoßen, deswegen konnten wir nicht aufnehmen und das heißt, dass bald neue Videos kommen, die ihr auf jeden Fall eine Menge Spaß haben werdet und von Lokotas aus Frankreich natürlich auch bestimmt ein paar schöne Videos kommen werden. Dann haut er raus, das war schon alles, vielen Dank fürs Einschalten, euer Nebgen HD von Unlimited TV, bis zum nächsten Mal, Tschüss und danke fürs Einschalten.